Ich habe mich daher entschlossen, meinen Freunden morgen am Abend im Bundesparteivorstand vorzuschlagen, bei der nächsten Gelegenheit in der Nationalratssitzung am 19. September die Auflösung des Nationalrats zu beantragen und so rasch wie nur irgendwie möglich Neuwahlen durchzuführen. Und ich hoffe dabei sehr auf eine breitestmögliche Unterstützung und Zustimmung im österreichischen Nationalrat. Und dann werden die Bürger und zwar jetzt alle und nicht nur einzelne Parteirebellen darüber entscheiden, welches Programm sie unterstützen, welchen Personen sie die Verantwortung für dieses Land zutrauen. Ich glaube, dass sich eine Regierung und diese Regierung wird so lange arbeiten, solange der Wähler nicht eine andere bestellt hat, ausschließlich am Wohle des Landes und an den europäischen Zielsetzungen orientieren muss. Und ich werde daher diese Linie, die für die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs und seine Stellung in Europa und in der Welt von grundlegender Bedeutung ist, unbeirrt fortsetzen. Ich werde mich mit aller Kraft bemühen, österreichische Interessen auch in der Zeit bis zur Neuwahl so wahrzunehmen und zu vertreten, dass das Land dabei gut aussteigt. Ich danke Ihnen. Wir stehen Ihnen jetzt gerne auch für Fragen zur Verfügung. Erste Frage, Herr Titelbacher, bitte. ... vorläufige Ende zu präsentieren. Können Sie seine Bedenken heute besser nachvollziehen? ... gemacht hat, dass er wieder als Gesprächs- und Regierungspartner in Frage kommt. Sehen Sie, ich habe mit dem Landeshauptmann von Kärnten mehrere Gespräche geführt. First of all, the Vice-Chancellor yesterday explained that the conditions to continue with the work for the Vice-Chancellor, the Minister for Finance today, the Minister for Infrastructure and the Faction Leader is no longer valid. There are so many problems and obstacles. It is not possible to guarantee the continuation of the governmental program. ... ... ... ... ... ... ... Ich habe Ihnen um 15 Uhr eine Pressekonferenz. Ich bitte ihn abzuhalten, um die Grenze zu holen. Ich habe den Herrn Bundespräsidenten intoniert für unsere Entscheidung und habe ihm auch gesagt, dass wir so lange im Amt bleiben werden, bis eine ordentliche Amtsübergabe nachfolgeklariert ist. Wie hat der Bundespräsident reagiert darauf? Also ich habe das zur Kenntnis genommen, wir haben ein sehr gutes Gespräch. Und es wird alles einen ganz normalen Weg finden. Es sind alle nach wie vor im Amt. Es wird eine ruhige, anständige Vorbereitung für die nächsten Tage und Wochen geben und es wird daher auch keine Sorge geben. Diese Thankfully haben wir ja auch noch eine Schlerksmorgabe eingeführt. Ich bin aber noch nicht mit der Hände. Obwohl die Hände und Scherf in der Scherf in der Scherf in der Scherenf mate wird die Kiste noch nicht mit der Scherf in der Scherf. Aber ich habe eine Scherf in der Scherf in der Scherf in der Scherf!